Herzlich Willkommen zum Basic Video der Textaufgaben zu Proportionalitäten. In diesem Video lernst du, wie du eine direkte und indirekte Proportionalität unterscheidest und die Daten für die Tabelle aus einem Textbeispiel erkennst. Als sehr hilfreich für das Erkennen, um welche Proportionalität es sich handelt, erweisen sich unsere beiden Merksätze aus dem Intro Video. Leider habe ich ein äußerst schlechtes Gedächtnis und ich habe mal wieder die beiden Merksätze vergessen. Kannst du mir weiterhelfen? Klicke auf Pause und sobald du die beiden Merksätze weißt, wieder auf Play. Der Merksatz für die indirekte Proportionalität lautet, je mehr, desto weniger bzw. je weniger, desto mehr. Der Merksatz für die direkte Proportionalität lautet, je mehr, desto mehr oder je weniger, desto weniger. Lass uns nun gemeinsam aus einem Textbeispiel eine Tabelle für die Lösung erstellen. Du kannst dich bestimmt noch an den Bergbauern aus dem Intro Video erinnern. Der Bergbauern hat auf seiner Alm noch immer 8 Schafe. Von diesen 8 Schafen sind 7 Auen und einer ein Bock. Aue ist die Bezeichnung für ein weibliches Schaf und Bock für ein männliches Schaf. Eine Aue liefert im Durchschnitt rund 3 Liter Milch pro Tag. Wie viel Liter Milch kann der Bergbauern einem Tag bei den 7 Auen melden? Kannst du ihm dabei behilflich sein? Als erstes versuchen wir mit Hilfe unserer Merksätze herauszufinden, ob es sich um eine direkte oder indirekte Proportionalität handelt. Welchen Merksatz findest du passender? Je mehr weibliche Schafe, desto weniger Milch wird gemolken. Je mehr weibliche Schafe, desto mehr Milch wird gemolken. Klicke auf Pause und sobald du den richtigen Merksatz gefunden hast, wieder auf Play. Genau. Je mehr Schafe, desto mehr Milch wird gemolken. Wir wissen nun, dass es sich um eine direkte Proportionalität handelt und können als nächstes aus dem Textbeispiel eine Tabelle erstellen. Lies dir nochmal in Ruhe die Textaufgabe durch und versuche dann die wichtigen Textstellen in diesem Textbeispiel zu markieren. Eine wichtige Textstelle ist, dass es acht Schafe sind und deren Geschlecht. Somit markieren wir uns die acht Schafe, sieben Ohren und ein Bock. Was könnte denn noch eine wichtige Textstelle sein? Auer liefert 3 Liter Milch pro Tag und natürlich die Anzahl der Ohren, die wir wissen möchten. Wir können nun eine Tabelle erstellen und tragen auf der linken Seite Auen ein und auf der rechten Seite Liter. 1. Wenn eine Aue 3 Liter Milch gibt, wieviel geben dann 7 Ohren? Das bedeutet, wir tragen auf der linken Seite 1 ein bei den Ohren und 3 bei den Liter ein. Gesucht ist nun die Menge der Liter bei 7 Ohren. Somit brauchen wir eine Multiplikation oder Division, damit wir auf 7 kommen. Wir multiplizieren 1 mal 7 und erhalten 7 auf der linken Seite. Da es direkt ist, machen wir dasselbe auf der rechten Seite und erhalten 3 mal 7 und das ergibt natürlich 21. Somit können wir den Bergbauern mitteilen, dass 7 Ohren 21 Liter Milch pro Tag geben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im Basic Video 2 werden wir ein Textbeispiel zur indirekten Proportionalität lösen und bei Beispielen gemeinsam erkennen, um welche Proportionalität es sich handelt. und die Aufmerksamkeit vom haben wir die Aufmerksamkeit die Vielen Dank.